Hallo und herzlich willkommen zu meinem Auflösungsvideo des Abonnenten- bzw. Weihnachtsgewinnspiels. Ich habe mir jetzt hier schon einmal alle Teilnehmer herausgeschrieben und werde nun einen Gewinner auslosen. Das Ganze geschieht natürlich per Zufall. Und der Gewinner ist... Florian Wittling, ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen. Du erhältst jetzt in den nächsten Minuten eine Facebook-Nachricht von mir, auf die du mir bitte antwortest, damit ich dir den Gewinn auch zuschicken kann. An alle anderen, sorry, dass ihr nicht gewonnen habt, aber es wird bestimmt mal wieder ein Gewinnspiel geben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis dann, haut rein! Bis dann, haut rein! Bis dann!